Bei frühlingshaften Verhältnissen starten wir in Praxmar ganz gemütlich auf dem Weg Richtung Lamsenspitze, werden aber heute zum Grieskogel gehen. So, gerade schön ist es. Eine schöne beschauliche Tour heute. Jetzt zweigen wir zum Grieskogel ab. Die größeren Massen lassen wir jetzt hinter uns. Zum Grieskogel ist es einsamer. Wir steuern jetzt unser Brotzeitbankerl an. Heute wird es einfach nur ein Genusstag. Bergeil, am Brotzeitbankerl. Jetzt haben wir unseren Brotzeitplatz verlassen und setzen das Sonnenbad im Osthang zum Grieskogel fort. Dann ein Bad hoch über Praxmar. Als Blick auf die weitere Tour ist noch ein Stück. Ein wunderschönes Hochtal mit einem schönen Hang. Man hat im Grunde ideale Neigung. Die Spur rechts geht etwas steiler hinauf. Die letzten Meter im Steilhang. Ein bisschen beschwerlich, weil es heute so warm ist. Aber ansonsten eine sehr schöne Sache. Hier geht es nicht mehr zum Gipfel. Sehr viel Volk oben. Sehr viel Volk oben. Schenken wir uns jetzt den Grieskogel Gipfel. Dann nehmen wir den namenlosen Gipfel. Ein paar Meter niedriger. Dafür haben wir dann da drüben den schönen Fernhang. Ganz für uns allein. Und wir sind bei der Gipfelrast auch allein. Den letzten Spitzkern auf unserem namenlosen Gipfel. Unser namenloser Gipfel. Der Keil! Da sitzt sie. Auf unserem namenlosen Gipfel. Das Panorama. Die Olpera da drüben. Da geht es in die ganzen Stubbera hinein. Da lösen sie. Der Scharnkogel schickt raus. So. Zischgeliss. Da drüben ist der Zwieslbacher-Rostkagel, die ganze Reihe ist sehr schön, die hohe Munde hat man auch gesehen. In diesen Spalten gibt es eine besondere Naturkunst im Eis, das ist schön. Da sind wir hier, Mutterseelen allein, und da wartet ein super Firmenhang auf uns. Und da sind wir hier, Mutterseelen allein, und da wartet ein super Firmen, und da sind wir hier, die ganze Reihe ist sehr schön. Und da sind wir hier, die ganze Reihe ist sehr schön. Und da sind wir hier, die ganze Reihe ist sehr schön. Come on baby, take the powder, auf geht's! Und wenn nicht mehr Poqueque tatsächlich überzeugt, und die Jochen deportuna sind! Wir Melanie macht einen Kabukhan3, oder ein Geruchwort auf, oder kein Persunk εκ học. In diesem kleinen Saal wird toys und sechs, K preferably für einen د sm� Ten, Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.